Ja, Delfine, ich kann nicht schon mal. Auch wenn das wahrscheinlich ein bisschen anders klingt. Okay, so klingt das auch wieder nicht, aber egal. Das war der Schaufel so egal, dass ich gleich mal gesagt habe, plopp. Okay. Das war eine Spitzhacke, keine Schaufel. Okay. Natürlich, wir arbeiteten jetzt das Holz mit der Schaufel ab, ist ja klar, wer macht das nicht. Ich natürlich in meiner Genialität die Werkmagnet mitgenommen habe. Oh Mann. 20 Minuten, noch länger mache ich das hier nebenbei, ich könnte mich für mich selbst ohrverhalten für all meine Dummheiten hier, die ich hier anstelle. Anstelle. Anstelle von Anderen. Ha, ha. Hey, wir haben aus einem Spinnennetz. Hatte ich die Spinne, aber ich... Nee, ich war ein eigener Block. Ich dachte gerade, ich könnte helfen. Wer nicht. So, ich muss habe es... Was, muss ich machen. Also, ich muss mich. Tschüsszyt. Es geht Ihnen. Ja. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt waben wir noch ein bisschen. Sehr schön. Dann jetzt noch eine Schaufel für alle Fälle. Man kann ja nicht wissen. Okay. Okay, klarer Fall, wenn Wasserrohr brucht. Ganz klar. Ich dachte, da oben scheint schon Mondlicht. Ach ne, da scheint... Oh. Das war wirklich Licht. Allerdings kein Mondlicht, sondern Sonnenlicht. Oh mein Gott, das war Sonnenlicht. Nein, das wollte ich ja nicht mehr machen. Ja, natürlich, versteht sich ja. Ja. Schon gut. Ich denke, da oben sei. So- 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 Stille. Okay. Okay, hier war ich... Ach ja, das ist die Lava, ja. Das ist ja ganz schlimm. Baut ne Arche. Eine fürs Eis, wenns geht. Das ist eindeutig ne neue Eiszeit, ich weiß es genau. So, da war mal Lava. Ich weiß es genau. Ich kann es lesen. Siehst du? Wee. Okay. 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 Und schon wieder bewahre ich stillschweigen. Ich kann schweigen wie ein Grab, wenn ich will. Hm. Den Satz haben sie sich ausgedacht bevor das Zombie-Aberglaube gab. So viel steht fest. Obwohl das Grab ja dann eigentlich immer noch schweigt. Eigentlich ist das sowieso ziemlich komisch. Weil ein Grab... Ja, ein Grab schweigt sagt immer noch nicht. Aber das ist ja langweilig. Ich meine, der ist schon mal ein Grab. Also, ihr Frauen schon mal nicht. Das steht fest. Ja gut, jetzt habe ich mich gerade wieder erfolgreich nach oben gebuddelt. Okay. Dann würde ich jetzt gerne auch noch da weiter oben nach... äh... ...weiter nach oben... ...weiter oben nachfallen. Ja. Ja. Mein Deutsch ist perfekt. Wo war ich jetzt eigentlich immer unterwegs gewesen? In die eine oder andere Richtung. Ich weiß es nicht. Ich habe die Orientierung verloren und erstmal muss ich hier wieder den... ...verdammten Niederlage umstellen. Das regt einem ja echt auf. So. So. Noch eine Viertelstunde. Finde ich gut. Freue ich mich doch. Sind wir jetzt hier wieder in meinem Sumpf oder sind wir jetzt in einem anderen Sumpf? Ich würde behaupten, es ist unser Sumpf. Sumpf. Unser Sumpf. Ja. Sumpf. Unser Sumpf. Was klar ist. Das ist ein Prachtfeger. Ja, es ist unser Sumpf. Okay. Dann ist es unser Sumpf. Und dann... Ich weiß nicht. Vielleicht soll ich mal in eine andere Richtung gehen? Ich habe immer Angst. Ich komme nicht wieder. Aber ich... Ja. Ich muss ja auch mal irgendwie was machen, ne? Ich bin die ganze Zeit zu Hause. Das ist ja auch langweilig. Hallo Kuh. Auch. Da bin ich vorhin schon lang gelaufen. Ich weiß. Ich laufe jetzt einfach nur noch gerade aus. Einfach nur noch gerade aus. Bis ich auf ein Dorf treffe. Wenn ich verhungern muss. Was ich gar nicht kann. Da ich den Monster aus habe. Also aus leicht gestellt habe. Friedlich meine ich. Und... Dementsprechend nicht verhungern kann. Und vor mir tat sich ein riesiges Gebirge auf. Und dann muss ich halt um das Gebirge drum herum laufen. Ja, so einfach ist manchmal die Lösung. Sag mal, was ist denn hier los eigentlich? Äh, ist das schon wieder dieselbe Schlucht? Das kann es ja nicht sein, oder? Ich lasse mich nicht veralbern. Eher nicht. Ich habe es gesagt. Ich lasse mich nicht veralbern. Wenn mich jemand veralbern will, dann kriege ich das. Tausendfach zurückgezahlt. Nicht ruckeln. Es lief doch gerade so gut. Ich... Ich meine es nicht so mit dem Veräppeln. Ehrlich nicht. Komm. Mach weiter. Ich lasse. Das ist selts. Ach, was hast du hier jetzt? Das geht so nicht. Boah, sie sitzen. Alter, sie sitzen. Ach. Bah, Mistzeug, ey. Boah, ich lasse gleich aus. Boah, ich lasse gleich aus. Boah. Ich lasse. Ich lasse. Boah. 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 Noch einen schönen Tag euch.